Hier präsentieren wir die 5 besten Werkzeugkoffer-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Mannesmann M29085. Der Werkzeugkoffer von Mannesmann hat eine ungewöhnliche, aber zugleich praktische Konstruktion und deswegen ist er sehr bequem bei der Handhabung. Im Gegensatz zu ähnlichen Werkzeugkoffern ist dieser Koffer dreiteilig. Zwei Klappen dieses Koffers werden rechts sowie links geöffnet, was einen schnellen Zugriff sofort auf alle Werkzeuge ermöglicht. Auf diese Weise bietet dieser Werkzeugkoffer drei Fachteile, in jedem von denen die Werkzeuge aus bestimmten Anwendungsbereichen platziert sind. Wie im Mittelteil befinden sich Hammer, Universalsäge, Wasserwaage, Schraubendreher mit zahlreichen Bits sowie Umschaltknarre mit jeweiligen Steckschlüsselansätzen. In der linken Klappe des Koffers kann man Kombi, Wasserpumpen, Telefonsange und Rollgabelschlüssel finden. Nummer 4 Pharmax Universal Werkzeugkoffer 145FX55 Der Werkzeugkoffer 145FX55 von Pharmax ist ein Werkzeugset, das alles Nötige für jede Reparaturarbeit vereint. Dieser Werkzeugkoffer ist wirklich universell, weil er alle nötigen Werkzeuge wie Hammer, Säge und Schraubenzieherset beinhaltet. Zum Ausschrauben von Schrauben und Mohn jeder Art ist ein praktischer Ringmaulschlüsselsatz vorgesehen. Es gibt auch Schraubendreher mit wechselbaren Bits. Diese Bits sind für alle drei Typen von Kreuzschlitzschrauben wie PH, BZ und SL ausgelegt. So gehen sie mühelos mit dem Ausschrauben von verschiedenen Schrauben um. Zusätzlich beinhaltet dieser Werkzeugkoffer auch eine Umschaltknarre mit Steckschlüsselansätzen. Diese Einsätze sind ausgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und sind verkrommt, wodurch sie nicht nur sehr robust sind, sondern auch einwandfrei aussehen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3 Markita P90093 Werkzeugset 83 teilig Genau solches Werkzeugset wie Markita P90093 sollte jeder Heimwerker in seinem Haus besitzen. Er verernt einen vernünftigen Preis und gute Qualität und dank dieser Eigenschaften ist es unter den herkömmlichen Anwendern sehr beliebt. Alle Werkzeuge befinden sich in einem praktischen Koffer aus hochwertigem Kunststoff mit einem bequemen Tragegriff sowie zuverlässigem Verschlusssystem. Insgesamt erhalten Sie im Lieferumfang 83 Teile jeder Art und Form, in Begriffen unterschiedlicher Einsätze und Verlängerungen. Unter den wichtigsten und häufig eingesetzten Werkzeugen sind folgende wie Hammer, Rollgabelschlüssel, Kreuzschlitzschraubenzieher und Schlitzschraubenzieher sowie Kombitsange. Zusätzlich gibt es zwei Ratschen unterschiedlicher Größe und dazugehörige Steckschlüsselansätze. Mit Hilfe von diesen Steckschlüsseleinsätzen, die in der Anzahl von 10 Stücken mitgeliefert werden, können Sie problemlos verschiedene Schrauben und Bolzen verschrauben sowie ausschrauben. Nummer 2 Pruxxon 23.280 Steckschlüsselsatz Beachten Sie einen branchenbezogenen Steckschlüsselsatz 23.280 von Pruxxon. Dieser Satz beinhaltet 50 Teile, unter denen es einen Schraubendreher und eine Ratsche mit allen nötigen Steckschlüsseleinsätzen jeder Form und Größe, zwei Verlängerungen und auch fünf Innensechskantschlüssel gibt. Außerdem kann man im Lieferumfang Steckschlüsseleinsätze von 4 bis zu 13 mm, Tiefbitteinsätze und Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schrauben jeder Art finden. Sicher wird dieser Steckschlüsselsatz zu einem guten Helfer für jeden Heimwerker oder Profi, weil dieser Satz erlaubt, jede Arbeit und Reparatur schnell und ohne Mühe durchzuführen. Unseres Erachtens besitzt dieser Werkzeugkoffer eine sehr praktische und durchdachte Konstruktion. Für jeden Steckschlüsseleinsatz und andere Werkzeuge ist das einzelne Fach vorgesehen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Meister 8.971.410 Diejenige, die alle nötigen Werkzeuge immer zur Hand haben möchten, um schnell und ohne Mühe jede Störung im Haushalt zu beseitigen, ist es ratsam, auf einen Werkzeugkoffer von der Firma Meister zu achten. Es ist anzumerken, dass dieser Werkzeugkoffer 129 Teile beinhaltet und deswegen kann er als universell genannt werden und ist für alle Gelegenheiten geeignet. Im Lieferumfang ist die große Anzahl verschiedener Schlüssel zu finden, wie Z, B, Schrauben, Ring, Rollgabelschlüssel und Knarre. Ein Hammer, ein paar Kombizangen sowie kleine Metallbügelsäge finden im Haushalt sicher ihre Verwendung. Denn diese Werkzeuge werden auch mit dem Werkzeugkoffer geliefert. Mit Hilfe von einem mitgelieferten Maßband oder Maßstab können Sie nötige Messungen durchführen. Zum An- sowie Ausschrauben verhilft Ihnen ein Schraubenzieher oder ein Schraubendreher in Kombination mit Bits verschiedener Bauform. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.